Ballannahme hoch, frontal, Dropkick seitlich. Diese Ballannahme ist besonders geeignet, um im Anschluss einen gezielten Flugball, Effeeball oder Torschuss unter hoher Bedrängnis durchzuführen. Der Vorteil liegt darin, dass der Ball eng am Fuß bleibt und der Ball besonders einfach in die optimale Schussposition gebracht werden kann. Der Spieler erhält ein hohes Zuspiel. Der Ball kommt seitlich vom Spieler auf den Boden. Nun stellt der Spieler den Fuß seitlich über den Ball und lenkt ihn dabei nach links in die optimale Schussposition.